Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar wieder einen Solo Unlimited Money Glitch. Alles was ihr dafür braucht ist hier so ein Clubhouse mit so einer Werkstatt drin, dazu noch einen Fatschelroller den ihr ersetzen könnt. Dann braucht ihr noch so einen Blazer, es muss wirklich ein Blazer sein, es funktioniert nicht mit dem Motorrad. Deswegen würde ich euch empfehlen so einen Blazer zu kaufen, den voll aufzutunen und zusätzlich braucht ihr noch so einen Zenking in eurem Bikerhaus. Wenn ihr nicht wisst wie ihr so einen Zenking in euer Bikerhaus reinbekommt, schaut einfach meinen letzten Money Glitch an, da zeige ich das Ganze mit dem Tune Buggy und mit dieser Methode macht ihr das einfach mit dem Zenking, um das auch in euer Bikerhaus reinzubekommen. Ich haue einfach mal den Link unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr das auf jeden Fall mal auschecken. So, als allererstes müsst ihr euren Blazer ganz hinten ins Eck reinstellen, weil den müssen wir mit dem Zenking versperren, dass wir nicht mehr aufsteigen können. Das ist ganz wichtig, weil dann teleportiert es euch auf den Blazer und das brauchen wir für den Glitch. Aber wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr mal testen, ob es klappt. Wenn ihr Dreieck drückt, müsst ihr eigentlich direkt drauf spawnen. So, und jetzt kommt es wirklich auf Timing an und zwar ihr geht auf den Blazer drauf, haltet die Start-Taste gedrückt und lässt sie wieder los. Und in dem Moment, wo ihr die Start-Taste loslässt, müsst ihr R2 zum Gas geben drücken. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr das mal testen, indem ihr einfach auf den Playstation Store drauf geht. Wenn ihr dieses Bild habt, das es im Moment nicht verfügbar ist, habt ihr alles richtig gemacht. Falls aber jetzt dran steht, jetzt öffnen oder jetzt geöffnet, dann müsst ihr den ganzen Schritt nochmal neu machen mit dem Start drücken und dem Gas geben. Es kann natürlich sein, dass ihr aus dem Clubhaus rausfährt, dann hat es mit dem Timing nicht ganz gepasst. Müsst es auf jeden Fall ein bisschen probieren, kann unter Umständen ein bisschen dauern. Wenn ihr aber dann hier in diesem Bildschirm seid, dass der im Moment nicht geöffnet ist, dann drückt ihr nochmal die Start-Taste, um das Menü zu verlassen und drückt oder spammt am besten wirklich die Dreieckstaste, um sofort vom Blazer wieder runter zu steigen. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch zum blauen Kreis ändern und die Fahrzeugposition von dem Blazer, der hinten im Eck ist, mit dem Fahrzeugroller austauschen. Ihr seht da persönlich nichts, aber links an der Seite, wo die Fahrzeuge aufgelistet werden, dort ändert sich das. Jetzt müsst ihr einfach nur noch wieder hinterher zu dem Blazer gehen. Wenn ihr dann hinten angekommen seid, müsst ihr einfach nur in die Werkstatt reinfahren und irgendetwas ändern. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit einem Nummernschild zu machen, weil es am einfach am günstigsten ist. Wenn ihr das dann habt, müsst ihr einfach nur euer Bikerhaus verlassen, wieder reingehen und wie ihr seht, habt ihr einfach zwei solche Blazer. Habt ihr ihn also einmal verdoppelt. Wenn ihr den dann verkaufen wollt, macht ihr ungefähr um die 200.000 Dollar. Ist auf jeden Fall wirklich super leichter Glitch, ist ein bisschen zeitaufwendig, aber eigentlich vom Prinzip her schon relativ einfach. Es kommt halt nur ein bisschen aufs Timing an. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und ich bin jetzt an der Stelle raus. Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy. Ciao, euer Zeddy. Vielen Dank.